Das ist für uns auch der Bund, weshalb heute auch ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages hier in der Podiumsdiskussion dabei ist. Es ist eine weitere Qualität, dass Armenien sowohl Mitglied der Europäischen Union ist und gleichzeitig aber auch beziehungsweise zur Europäischen Union vertieft, zum Wohle der Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.